Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. Heute werde ich ausnahmsweise mal ein Replay kommentieren. Ich weiß ja, dass ihr eigentlich die Live-Casts lieber mögt, aber das hat diesmal einen bestimmten Grund, den ich euch später sagen werde. So, ich lasse die Schlacht mal starten. Und ja, gucken wir uns mal hier die Aufstellung an. Ich habe die relativ symmetrisch. Ich habe als Nahkämpfer nur Hopliten dabei. Also hier dreimal Hopliten, zweimal katharische Kavallerie und dreimal Steinschleuderer. Auf der anderen Seite dasselbe. Hier nochmal Heilige Schar, General und zweimal Elefanten. So, und vom Gegner sieht man bis jetzt nur einmal Elefanten und Bogenschützen. Ich sollte vielleicht mal die Debug-Cam installieren, weil ich finde, man kann nicht weit genug heraussuchen. Naja, wir haben hier ziemlich viel Wald. Ich wusste natürlich nicht, wo der Gegner war, weil er hat viel Wald zum Verstecken gehabt. Hier, da. Meine Truppen waren natürlich auch alle versteckt, bis auf die Elefanten. So, ich lasse hier dann vorrücken. Und ich führe die dann wieder zusammen, also jetzt sind sie noch getrennt, aber ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. So, hier werde ich jetzt gleich eine Einheit der Kavallerie losschicken, um hier die Wälder aufzudecken. So, und der Grund, ja, warum ich jetzt ein Replay kommentiere, ist einfach nur, dass ich... Ja, weil es eine ganz interessante Schlacht war. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was der Gegner gemacht hat, also für mich war das sehr verwirrend. Vielleicht hat der Wald auch ein bisschen dazu beigetragen, aber an sich... Ich habe da einfach kein Konzept erkannt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier weitermachen soll, oder vielleicht aus der Perspektive des Gegners. Ich glaube, ich werde jetzt mal in die Perspektive des Gegners springen. Ist wahrscheinlich auch interessanter zu sehen, also mal von außen, wie mein Spiel aussieht. Und, ja, springen wir einfach mal rüber. So, hier sehen wir die Sicht des Gegners. Und ich habe mir die Truppen bis jetzt selbst noch nicht angeguckt, also das wird ein bisschen wie blind kommentierend sein. Außer, dass ich die Schlacht selbst geschlagen habe. So, wir gucken mal hier an die linke Flanke. Also er hat hier eigentlich zwei große... Ja, sagen wir mal, seine Armee in zwei Teile aufgeteilt. Hier in der Mitte war, glaube ich, nur zur Irritation. Hat er mir jedenfalls gesagt. So, ihr seht hier, schicke ich schon mal eine Kavallerie los. Aber gucken wir uns erstmal an, was er hier hat. Also er hat hier in der ersten Reihe Steinschleuderer, Hügelmänner, Söldnerhauptlieten, gepanzerte, berittene Bogenschützen, königliche Kataphrakte zweimal und Adelsblut-Kavallerie. Ja, ihr seht also, ja, doch relativ Kavallerie-lastig. Ich glaube, er hat bei der Infanterie sehr viel gespart. Hat trotzdem viel dabei gehabt, halt ein bisschen billiger. Ähm, dann hier eigentlich ähnlich. Steinschleuderer, Hügelmänner, Adelsblut-Kavallerie, gepanzerte, berittene Bogenschützen. Ja, sogar eigentlich symmetrisch. Ja. Und ja, lassen wir mal weiterlaufen. Ähm, er wollte mir wahrscheinlich so einen Hinterhalt stellen, das habe ich mir eigentlich auch schon bei der Schlacht gedacht. Deshalb schicke ich schnell eine Einheit der Kavallerie los, um die Einheiten aufzudecken. Meine Armee rückt währenddessen vor, aber das werden wir ja gleich sehen. So, hier werden gleich die Einheiten aufgedeckt. Wir können uns das ja hier nochmal so ansehen. Ist eigentlich eine ziemlich gute Ausstellung. Und, ja, war eigentlich selbstverständlich, dass ich es nicht erkannt habe. Also verständlich jetzt auch im Nachhinein. Ich meine, die Truppen sind ziemlich bunt durchmischt und an verschiedenen Stellen. So, er versucht jetzt hier meine Einheiten zurückzujagen, damit ich seine Truppen nicht entdecke, aber das habe ich ja schon längst gemacht. So, meine Einheiten werden dann auch sichtbar. Die schießen auf die Adelsblut-Kavallerie. So, wie sieht es auf der linken Seite aus? Die bleibt noch in Stellung. So, was haben wir hier? Kartagische Kavallerie, die wird beschossen. Das habe ich anscheinend nicht gemerkt. Okay, jetzt rückt er hier mit den Elefanten und den Bugenschützen vor. Ich glaube, da wollte er mich nur ködern, aber gegen Elefanten kämpfe ich eigentlich sehr ungerne. Ja, ich glaube jeder, aber ich vermeide sie meistens. Also, wenn der Gegner nicht gerade ja, sie nicht gerade am Anfang reinwirft, knöpfe ich mir sie als letztes vor. So, hier kommen die Briten in Bugenschützen. Hier rückt er mit der Armee vor. Meine Einheiten sind noch nicht in Stellung. Die bilden jetzt gerade so eine Linie. Ich versuche mit den Steinschleudern zurückzuschießen. Ah, die können viele einstecken. Da hat er noch nicht viele verloren. Ich habe aber auch keinen Steinschleuderer verloren. So, hier weiche ich zurück, weil er hier eine klare Übermacht hat. Überhaupt habe ich beim Spielen eigentlich war ich überrascht, wie viel der Trupp mehr hat. Oder es hat sich jedenfalls so angefühlt. So, hier drüben verfolge ich jetzt seine Briten in Bugenschützen mit meiner Einheit weiter. Achte dann aber nicht mehr weiter auf die. Hier wollte ich ein bisschen die Steinschleuderer zurückscheuchen. Hab dann aber leider, ja, die Einheit auch vergessen. Passiert mir eigentlich ziemlich oft. So, hier laufen leider meine Elefanten-Armor. Hab leider nicht genau drauf geachtet, weshalb. Ich glaube, weil sie beschossen wurden. So, hier kann ich die Briten in Bugenschützen ja, ein paar von denen halt töten. Nicht viele. Hier lasse ich sie ein bisschen stehen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass er hier dann eine Kavallerie-Einheit dahin geschickt hat, um meine Kavallerie abzufangen. Ja, hier, jetzt schickt er die königlichen Katafrakte. Hier haben wir immer noch die Elefanten. Die habe ich nicht töten lassen, weil ich habe gehofft, dass sie sich irgendwie nochmal fangen. Sie haben auch nicht allzu viel Schaden angerichtet, deshalb habe ich sie da mal rumlaufen lassen. So, damit wir die Übersicht nicht verlieren. So, ach, da ist seine Einheit geflohen. Das habe ich da eigentlich nicht gesehen. Aber hier kommt jetzt der kommen seine königlichen Katafrakte. Und die machen, glaube ich, kurz einen Prozess aus meiner Kavallerie. Was haben wir hier? Söldner-Hoppliten. Gut, die Briten in Bugenschützen habe ich dann auch zurückgeschlagen. Er rückt jetzt langsam vor. Okay, jetzt erkenne ich, dass es bei ihm eigentlich auch gar nicht so gut lief. Habe mich nämlich relativ hilflos gefühlt, weil ich einfach nicht erkannt habe, was er getan hat. So, ihr seht, ich habe meiner, ja, Truppen auch ungefähr zwei geteilt. Wie am Anfang. So, hier hat er mir die Hügelmänner entgegengeschickt. Ich habe da dann zwei Einheiten Obpliten und die Heilige Schar halt drauf geschickt. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen, die sind relativ schwach. Kann man das hier sehen? Ja, doch, die sind schon ziemlich schwach. So, meine Kavallerie wurde hier in die Flucht geschlagen. Die Katafrakte haben keine einzige Einheit verloren. So, hier kommt es jetzt, glaube ich, zum Nahkampf. Was haben wir hier? Indische Kriegselefanten. Die werden aber schnell vernichtet. So, hier haben wir die königlichen Katafrakte und die sind einfach steinhart. Also ganz ehrlich. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die knacken soll. Die waren hier vollkommen umzingelt, haben aber nur sehr langsam Truppen verloren. Hier bis jetzt noch gar keine. Hier habe ich mit meinem General kurz die Obpliten angegriffen, damit sie meine Kavallerie nicht erreichen. Er schickt jetzt seine berittenen Bungenschützen rein. Und ihr seht, es ist sehr unübersichtlich. Der Wald trägt viel dazu bei. Und so hat es sich während des Kämpfens auch angefühlt. So, hier habe ich schon mal die Elefanten drin. Die Kavallerie auch, die ist aber gleich weg. Aber wir haben hier wieder die königlichen Katafrakte. Die sind einfach... Keine Ahnung. Ich habe die ja bis jetzt eigentlich noch nie benutzt. Außer einmal oder so. Und wusste nicht so recht, wie stark die eigentlich sind. So. Ja, es ist halt eine ziemlich chaotische Schlacht. So, was haben wir hier? Hier kämpfen wir immer noch gegen die Katafrakte. Wie viele sind noch übrig? 63, ja. Ich meine, obwohl das Schock-Kavallerie ist, schaffen sie es mal eine Nahkampf-Kavallerie zu besiegen. Ja. Da kommt jetzt auch noch seine Infanterie dazu. Ne, noch nicht. Sollte aber bald. Was haben wir hier? Obliten, die... rumstehen. Ja, ihr seht, meine Armee ist ziemlich zweigeteilt. So, wie läuft es hier drüben? Hier kämpfen Hopliten gegen die... Katafrakte. Aber ihr seht es auch hier. Kaum Verluste eigentlich. So, was haben wir hier jetzt? Ah, ich schicke jetzt hier die heilige Schar drauf. Aber viele meiner Einheiten stehen eigentlich nur rum. Äh, ihr müsst natürlich beachten, dass die Replays nicht ganz... detailgetreu sind. Ähm. Aber sie stimmen ungefähr überein. Und ihr seht langsam, was für einen Verlauf die Schlacht nimmt. Also hier rechts habe ich immer gar keine Chance. Hier habe ich noch ein bisschen katharische Kavallerie, aber... Hier, die königlichen Katafrakte haben immer noch die Hälfte ihrer Truppen. So. Hier haben wir Hopliten gegen Bogenschützen. Hier haben wir auch... Ja, ziemlich viele Hopliten, die... fliehen. Weiß nicht. Die sind ja auch ziemlich umrundet. Ja, da kommen noch die Elefanten dazu. So, und da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Äh, meine Einheiten sind übrigens die roten. Nicht verwechseln. Ich muss hier dauernd die strategische Sicht benutzen, weil hier im Wald, man erkennt einfach gar nichts. Ja, die königlichen Katafrakte sind echt... Panzer. Lassen sich einfach nicht töten. Nicht mal durch Hopliten. Also normalerweise... Ihr wisst ja, wie viel Vertrauen ich meinen Hopliten schenke. Weil sie es mit jeder Kavallerie aufnehmen können oder konnten. Aber hier gegen die königlichen Katafrakte... Nicht so. Die haben ja im Nahkampf auch ihre Schwerter. Ich weiß nicht, ob man das manuell umstellen muss. In Rome 1 muss man ja sie manuell ihre Keulen ziehen lassen. Ja, die sind schon nicht ohne. Und ja, hier endet es eigentlich auch. Äh, das Ende war jetzt nicht so übersichtlich, aber ihr habt gesehen, ich habe kaum Truppen übrig. Ähm, und da ich wusste, dass... Die Replays ein bisschen verbuggt sind, habe ich einen Screenshot von... Äh, von der Statistik gemacht, die ihr jetzt hier seht. Und ja, das war eine klare Niederlage. Ähm... Hier die Statistik, ihr seht, wir haben fast gleich viele Truppen aufgestellt. Ähm, und die ist eigentlich nicht so deutlich, also... Das war wirklich eine klare Niederlage. Und es hat sich auch wirklich so angefühlt, als ich die Schlacht geschlagen hatte. Äh, die Statistik war deutlich, dass nicht genug... Ähm, ich wusste... Ich habe einfach nicht erkannt, was der Gegner macht. Ich denke mal, der Wald hat auch viel dazu beigetragen, also... Klar, es hätte ohne Wald nicht funktioniert. Aber... Ja. Es hat sich schon wirklich schlimm angefühlt. Also ich hatte keine Ahnung, war ziemlich verwirrt. Wusste nicht, wie ich antworten sollte. Er hatte auch hier eine ziemlich bunte Truppe gehabt. War schwer... Ja, zu erkennen. Die Formation zu erkennen. Ich dagegen hatte halt, naja... Ziemlich jetzt Standard-Truppen, also... Er hat mir vor der Schlacht schon gesagt, dass es eine interessante Schlacht werden wird. Also dass... Er es entweder schaffen wird, oder dass er wirklich... Ja, herbe... Eine herbe Niederlage einstecken wird. Da war ich ein bisschen unsicher, was er denn jetzt macht. Ich habe da einfach viele Hopliden mitgenommen, weil es ja gegen Patien ist. Und ja, viele Steinschleuderer... Hat leider nur mittelmäßige Kavallerie gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht hätte... Lieber... Ja... Stärkere Kavallerie hätte nehmen sollen. Auf jeden Fall hätte ich was gegen diese königlichen Kataphrakte gebraucht. Ihr seht, die haben wir hier alle im Durchschnitt so 150 Kills. Ist schon ziemlich gut. Bei vier Einheiten, das macht schon fast die Hälfte der Kills aus. Wenn nicht mehr. Hier die A-Distribut-Kavallerie wäre auch ganz gut. Die eine Einheit hier auf jeden Fall. Die hat, glaube ich, die Steinschleuderer aufgerieben. Ansonsten, die Fernkämpfe waren nicht so gut. Die Infanterie auch nicht. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen zu sehr auf... Ja, zu viel Energie in die Infanterie gesteckt. Zu viele Einheiten draufgeschickt und so. Auch von den Steinschleuderern habe ich mich ein bisschen zu sehr irritieren lassen. Die britenden Bogenschützen waren, ja, ganz moderat. Ja, bei mir sind die Kills ziemlich gleichmäßig auf die Hopliten verteilt. Und auf die Steinschleuderer. Eigentlich auf alle Einheiten ziemlich gut verteilt. Aber halt nicht genug. Also, wie gesagt, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Klare Niederlage. Und ja, es hat mir Spaß gemacht zu spielen. An King Ursula. Also, auf YouTube heißt er nicht so, aber... Jetzt hier im Spiel hat er sich so genannt. Ist ein ziemlich guter Spieler. Ich habe ja schon vorher ein paar Schlachten mit ihm geschlagen. Und... Ja, wie gesagt, also ich bin immer für Spiele offen. Gegen Abonnenten. Und ich werde es auf jeden Fall hochladen, wenn ihr wollt, dass ich sie aufnehme. Egal, ob es jetzt eine Niederlage oder ein Sieg ist, wie ihr hier seht. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt ein bisschen seltsam war. Ich glaube, ich habe die Schlacht trotzdem nicht so gut darstellen können. Auch im Replay nicht mit der strategischen Karte und so. Sie war halt sehr chaotisch und schwer zu erkennen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Online-Schlacht. Bis dahin. Tschüss, euer Hannibal. Vielen Dank.